Der Prolog von Orid vom 11. Oktober Gedenken Der heilige Apostel Philippus wurde im palästinensischen Caesarea geboren. Er war verheiratet und hatte vier Töchter. Alle vier waren von Gott mit der Gabe der Prophezeiung ausgestattet und alle vier waren Jungfrauen um Christi willen. Als die heiligen Apostel die Diakone auswählten, wurde Philippus zusammen mit Stephanus und den anderen ausgewählt. Er diente den Bedürftigen und den Witwinnen mit großem Eifer. Als in Jerusalem die Christenverfolgung begann, fand der Apostel Philippus in Samaria Zuflucht und dort lehrte er das Evangelium und legte durch viele Wunder Zeugnis dafür ab. Er trieb Dämonen aus, heilte die Kranken und so weiter. Simon, der Zauberer, sah die Wunder des Apostels und ließ sich taufen. Der heilige Philippus taufte auch die Neunuchen der Königin Kandake. Danach trug ihn ein Engel plötzlich und unsichtbar nach Azotus, wo er lehrte, predigte und viele zu Christus bekehrte. Philippus wurde zum Bischof von Tralles ernannt. Er entschlief in Frieden in hohem Alter und nahm seine Wohnstätte in der Freude des Herrn ein. Gedenken des siebten ökumenischen Konzils Das siebte ökumenische Konzil fand in Nikea im Jahre 787 in der Regierungszeit der rechtgläubigen Kaiserin Irene und ihres Sohnes Konstantin unter dem Patriarchen Tarassius statt. Dieses Konzil bestätigte die Verehrung der Ikonen, rechtfertigte sie durch die heilige Schrift, durch das Zeugnis der heiligen Väter und durch unleugbare Beispiele der Wunder, die durch die heiligen Ikonen geschehen waren. Zusätzlich zu den Wundern, die man zuvor aufführte, berichtete der Bischof von Zypern noch das Folgende. Eines Tages führte ein gewisser Schäfer aus der Stadt Konstantia seine Herde auf die Weide und dort sah er eine Ikone der allheiligen Gottesgebärerin, ringsum mit Blumen geschmückt, die die Gläubigen dort angebracht hatten. Warum erweist man einem Stein eine solche Ehre, sagte der Schäfer, der offenkundig im Ikonoklasmus aufgewachsen war. Er schlug die Ikone mit seinem eisernen Hürdenstab und zerstörte das rechte Auge im Bildnis der Gottesmutter. Als er sich abwandte, stolperte er über denselben Stab und stach sich sein eigenes rechtes Auge aus. So verwundert kehrte er in die Stadt zurück und schrie unter Tränen, dass ihn die Strafe der Gottesgebärerin getroffen habe. Dieses Konzil entschied auch, dass unbedingt heilige Reliquien eines Märtyrers, in das an Dimension eingenäht werden müssen. 367 Väter nahmen an dem Konzil teil. Möge sich der Herr auch unser erbarmen Der Gott geweihte Theophanes, der Gezeichnete, war ein Bekenner und Verfasser von Kanonnes. Er wurde in Arabien als Sohn reicher und frommer Eltern geboren. Mit seinem Bruder Theodor, Gedenken am 27. Dezember, wurde er zum Mönch im Kloster des Heiligen Savas des Geheiligten geweiht. Da sie sehr gebildete Mönche waren, schickte sie Patriarch Thomas von Jerusalem zu Kaiser Leo dem Armenier, um die Verehrung der Ikonen zu rechtfertigen und zu verteidigen. Der gesetzlose Kaiser unterwarf diese heiligen Brüder furchtbaren Torturen und warf sie ins Gefängnis. Später unterzog sie der ikonoklastische Kaiser Theophilus weiteren Foltern und befahl, Spottwärse in ihre Gesichter einzubrennen, um sie dem Spott der Welt auszusetzen. Als die ikonoklastische Kontroverse gelöst war, wurde Theophilus befreit und kurz danach wurde er zum Bischof geweiht. Er starb in Frieden im Jahre 847, nachdem er 25 Jahre für die heiligen Ikonen gelitten hatte. Er schrieb 145 Kanonnes. Er ging in die ewige Freude des Herrn ein. Der heilige Nektarios, Patriarch von Konstantinopel Als Laie und hochrangiger Offizier des Hofes wurde Nektarios im Jahr 381 einstimmig zum Patriarchen als Nachfolger des heiligen Gregor des Theologen gewählt. Er zeichnete sich durch tiefes Verständnis, durch Takt und Eifer für die Kirche aus. Er entschlief in Frieden im Jahre 397. Die heiligen Märtyrerinnen Sinaida und Philonilla waren leibliche Schwestern und beide in Tharsus geboren. Man nennt sie Verwandte des heiligen Apollos des Apostels. Sie blieben Jungfrauen und verwarfen die Welt um Christi Willen, zogen sich in eine Höhle zurück und lebten ein asketisches Leben. Sie waren in der Heilkunst bewandert. Besonders Philonilla wurde infolge ihres strengen Fastens der Gabe der Hellsichtigkeit gewürdigt. Eines Nachts wurden sie von Ungläubigen überfallen und zu Tode gesteinigt. Lobeshymne Der gottgeweihte Theophanes der Gezeichnete Theophanes aus dem Kloster des heiligen Sabas, ein großer Asket tiefsinniger Theologe und hochgerühmter Hymnograf. Leidensdulder für Christus, Bekenner des Glaubens, zierte der Kirche Vater der Rechtgläubigkeit. Er verließ seine Zelle um des Gehorsams Willen und aus seiner Stille trat er noch einmal in die Welt hinaus, um den boshaften Kaiser von der Wahrheit zu überzeugen. Und er bezeugte die Wahrheit vor dem Kaiser. Der heilige Theophanes tauschte ein Vierteljahrhundert ein für die wahre Glückseligkeit, auch wenn er diese Zeit in furchtbaren Leiden verbrachte und im feuchten Kerker. Er trug das Brandmal auf seinem Antlitz. Doch durch den Geist entflammt, durchdrängte dieser heilige Gottes jene Jahre mit inneren Gesängen und verherrlichte den Herrn und die Heiligen Gottes mit feuriger Hoffnung, Liebe und Glauben. Betrachtung Wie durch Gottes Vorsehung geweihtem Wasser und geweihtem Öl Heilkraft verliehen wird, so wird dieselbe Kraft auch Ikonen verliehen. Ein erstaunliches Beispiel dieser wunderwirkenden Kraft der heiligen Ikonen wird vom heiligen Athanasius dem Großen angeführt. In der Stadt Beirut lebte ein Christ in einem gemieteten Haus. Als er auszog, ließ er versehentlich eine Ikone des Erlösers dort zurück. In dieses Haus zog nun ein Hebräer ein. Es wohnten danach noch viele Hebräer in dem Haus und sie waren gegenüber dem christlichen Glauben besonders übel gesonnen. Als die Ikone gefunden wurde, trugen sie sie zu ihrem Treffpunkt und begannen sie zu verspotten, wie es ihre Vorfahren mit dem lebendigen Erlöser getan hatten. Die Hebräer taten mit ihr, was ihre Vorfahren mit ihm getan hatten. Sie durchstachen die Füße und Hände mit Nägeln, gossen Essig auf die Lippen des dargestellten Antlitzes und verhöhnten auf alle denkbare Weise das Angesicht des Erlösers. Schließlich nahm einer von ihnen einen Speer und stachen das göttliche Bildnis unter dem Rippenbogen. Und, Wunder der Wunder, es flossen Blut und Wasser aus dem durchstochenen Punkt, wie damals aus dem Leib des gekreuzigten Herrn. Furcht und Schrecken der Hebräer waren unbeschreiblich. Dann fanden sie ein Gefäß, in dem sie das Blut auffingen und sie brachten viele Kranke, Blinde, Taube, Lahme und Wahnsinnige, die, sobald sie mit dem Blut gesalbt wurden, geheilt wurden. Die ganze Stadt versammelte sich, um das Wunder zu sehen und alle verherrlichten Christus, den lebendigen und lebensspendenden Herrn. Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über das vielfältige Unrecht, das die Israeliten taten und über die vielfältigen Strafen Gottes. Vergleich 2. Könige, Kapitel 24 Wie die Fürsten des Volkes sie oft von Gott abwandten und taten, was böse ist vor dem Herrn. Wie Gott das Volk bestrafte, um es auf den rechten Weg zurückzubringen. Wie schließlich die Israeliten unter dem bösen König Joachim in die Gefangenschaft nach Babylon geführt wurden. Homilie Über die Stimme des Herrn über den Wassern Die Stimme des Herrn über den Wassern Psalm 28, Vers 3 Die Stimme des Herrn war zu hören, als Johannes den Erlöser taufte. Auf dem See von Galiläa, als sich Sturm und Winde erhoben, war die Stimme Christi zu hören. Und der Sturm wurde gestillt, und die Winde legten sich. Die Stimme des Herrn war bei der Hochzeit zu Kanaa zu hören, und das Wasser wurde in Wein verwandelt. Des Herrn Stimme war am Roten Meer zu hören, und das Meer teilte sich und öffnete den Weg für das Volk Gottes. Die Stimme des Herrn war in der Wüste zu hören, und Wasser entfloss dem trockenen Fels. Was bedeutet dies? Die Stimme des Herrn über den Wassern. Es bedeutet, dass das Element Wasser Gottes Schöpfung ist, und Gott Wunder damit vollbringt, wie und wann er will. Gott, der Heilige Geist, offenbarte sich zu Pfingsten in Form von Feuer. Im Feuerofen von Babylon verloren die Flammen ihre Kraft vor der Stimme Gottes und verbrannten die gesegneten Jünglinge nicht. Daniel, Kapitel 3, Vers 23 Feuer fiel vom Himmel und verzerrte Gideons Opfer, Richter, Kapitel 6. Der Busch brannte, wurde aber nicht verzerrt, Exodus, Kapitel 3. Feuer fiel vom Himmel und verzerrte Elias Opfer, Erste Könige, Kapitel 18, Vers 38. Eine feurige Salzsäule zog den Israeliten voraus, Exodus 13, Vers 21. Dies alles geschah gemäß dem Wort des Herrn. Die Erde öffnete sich und verschlang die ungerechten Korach, Dathan und Abiram, Numerie 16, Vers 32. Die Erde öffnete sich und verbarg Elisabeth mit ihrem kleinen Kind Johannes vor den Schwertern des Herodes. Die Erde bebte, als der Herr seinen letzten Atemzug am Kreuz tat, und die Gräber öffneten sich. Der Herr stieg in der Luft zum Himmel auf, Lukas, Kapitel 24, Vers 51. Die heiligen Apostel wurden durch die Luft aus verschiedensten Gegenden der Welt nach Jerusalem gebracht. Ein Engel brachte den Propheten Habakuk kurzzeitig durch die Luft nach Babylon. Dies geschah alles gemäß dem Wort des Herrn und auf sein Gebot hin. Oh, wann werden die Menschen der Stimme des Herrn gegenüber so gehorsam sein, wie die nicht mit Vernunft begabten Elemente der Erde? Doch unter den Wassern muss man tatsächlich auch Menschen verstehen, Menschen, die der Stimme des Herrn gegenüber gehorsam sind. Die Apostel und Heiligen. Sie verströmten sich wie Wasser über die ganze Erde mit der Verkündigung Christi unseres Gottes. Die durstige Welt trank aus der Quelle des ewigen Lebens, als enthielte sie Wasser, und die Welt wurde erneuert und erblühte. Wie durch das gewöhnliche Wasser, so wurden auch durch sie zahllose Wunder Gottes offenbart. Denn sie waren dem Willen Gottes gehorsam, gehorsam der Stimme Gottes, genau wie die Wasser. O Herr Jesus Christus, hilf uns, deiner Stimme gehorsam zu sein. Hilf uns, vor den leblosen Elementen beschämt zu sein, die besser auf dich hörten als wir. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amen.